Das war's, wir sind oben. weiter geht nicht weiter geht ja auf jeden fall stecken wir jetzt fest das heißt wir müssen jetzt ich bin drüben okay alles klar okay ein bisschen jump 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 wo bist du denn hier oben ich bin dem mast hoch was du machst du musst du musst den mast hoch genau und dann ganz nach vorne dazu der genau und dann darauf genau okay wir müssen wieder schwimmen was hat denn es ist gebracht mit der tür keine ahnung verstehst du da wow okay oh oh hier die schon wieder probieren und alles essen essen ich frau mich wie diese ganzen lebensmittel nehmen jetzt zurück zum schiff komm noch mal ich hab da was schönes für dich ich darf wieder schießen du hast da einen dreizack liegen ne okay wir müssen scheinbar jetzt wieder da hinten langs und dann müssen wir die dinge nach finden hier wird sich gleich wasser füllen oh nein hier ist jetzt rohn nein nein okay 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 da ist er ich hab sie jo 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 ah warum mich Du bist der Käpt'n. Schieß, was das Zeuchelt. Ruhig. Kreffer. Okay. Kreffer. Okay, ich muss... Ich kann dich nicht verstehen. Oh nein. Komm, wieder kackt mich. Naja. Da sind sie. Ich hab sie. Oh, das sind doch die... Oh Gott, ich werde hier eingekreizt. Oh Gott, ich kann dich nicht verstehen, wie wir uns zufrieden haben. Aber noch mehr! Jetzt kommt es. Machen wir das noch einmal. Okay, jetzt kommt die Königin wieder. Jetzt kommt die Königin wieder. Wird dieselbe Waffe wie wir? Ein HP-Leiste, der Spiel. Gab es hier noch nie bei dem Spiel. Oh, ich weiß. Ich muss einen neuen Dreizack holen. Oh, ich auch. Okay, ich muss mal eben kurz auftauchen. Wir dürfen nicht in diesen roten Radius von ihr drin sein. Wow. Nicht in diesen roten Radius rein. Okay, jetzt kommen wieder die Kleinen. Oh, ich kann direkt zwei auf mich geraten. Naja, wenn dann richtig hier. Ja. Wow. Wow. Wow, Frauleinchen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. ich war gerade oben und auf einmal in die lucht aus ja super und ich bin auch gleich tot und dem ist egal ich komme eh wieder zurück wir können nicht sterben ich bin in ihrem radius doch du wirst den thron aufgeben glaubt mir wenn ich mit ihr fertig bin im nahkampf ist sie hilflos im nahkampf ist sie total hilflos mit dem roten radios raus ich habe dafür jetzt eine tausend gold gekriegt ich bin hier im wasser was machst du im wasser warum ist das was ich komme hier nicht raus ich habe hier so ein ding okay und wie schon weg so weiter geht es letzte party begehen es sogar wir sind da wo ich hin wollte perfekt ich muss das ich muss das selber noch mal ach so ok ok wir müssen diese dinger jetzt verschießen was für dinger zu schießen hast du es gerade kaputt gemacht ach ja was soll denn los markus hallo ich habe keine money mehr hier kam einer raus hallo oh so eine crew ich weiß schon was sie meinen mit das herz da wegkriegen ich habe schon seitdem ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Und du hast du direkt mit ihr gedreht. Aber dann, als du in der Hand von Jack's compass hast, würde ich wagen, dass du schon gesehen hast, das Leben in der Welt gesehen hast. Und als der Kapitän, seit du hier bist, kann ich überlegen, dass Jack nicht so tot 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 wie du glaubst hast. Er hat sich in eine ganze neue Welt von Träumen. Der Kapitän ist in Peril, wir haben ihn zu retten. Und du hast wieder getötet. Du hast gehört, was Poseidon sagt. Davy Jones wollte das Haus in diese neue Lok, und wir waren die erste in der Lage. Besonders, wenn du den Kod hast, jeder, der hinterfällt, ist hinterfällt. Ja, Anna-Maria. Und wo hätte das drei von uns gehalten, wenn wir noch nicht in der Ordnung? Oh, ich denke, die Piraten in diesen Teil haben über den Kod, wie es er sagt. Also, der Kapitän hat noch das Schild, also wir können nicht nachher, bis wir ihn finden. Oh, ich liebe es, wenn du einen Punkt hast. Alles klar! Ressue ihn in! Woher starten wir? Na ja, wir haben Jack zurück aus dem Tod so, wir wissen, wie es sein kann. Wir müssen alle nur unsere Hände zusammenbauen mit jemandem, der zu helfen wird. Oh, und jetzt werden wir Jacks Kumpel für unsere Rage-Frienden auf der Erde finden. Den haben wir ja zufällig. So, wir werden dir glücklich helfen, in any way we can, once we reach the land. Ja, logisch, haben wir den... Der hat ja... Ist dem schon gegeben. Hey, 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 hey! Was? Geht doch nicht einfach... Was? Geht doch nicht einfach weg... Gilles, wir sehen uns gleich an die versungene Pearl ab. Wir haben es geschafft. Okay. Perfekt. Fertig! 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 Mit den Nerven, mit allem, was jetzt hier dran hing. So, das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch wieder zum Schiff, oder? Ja. Ein berühmter Schritt zwölf. Was bringt Berühmtheit? Miri... Was bringt Berühmtheit? Wo bist du denn? Belohnung. Oh! Wir haben ein Säbel gekriegt! Ein Entermesser. Oh! Nichts Entermesser. Säbel! Das wird ein Tag morgen für mich. Wir schwimmen nach oben. Ja! Gut! Dann würde ich mal sagen... Bis zur nächsten Mission. Äh... 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 Das war jetzt echt ein Krampf gewesen, ey. Miri am Rande des Nervenversammbruchs. Ähm... Ja. Das war jetzt echt... Das war echt too much gewesen, ey. Weil das war ne verdammt lange Mission, ne? Also... 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 Ja, aber so äh... Hätten wir das jetzt nicht machen müssen, also hätten wir nicht nochmal neu starten gestartet, dann wären wir... Dann hätten wir trotzdem gut zweieinhalb Stunden jetzt für die Mission gebraucht. Die erste war ja auch nicht grad kurz. Die war aber nicht bei drei Stunden gewesen. Die auch nicht. Okay, ich bin fast an der Wasseroberfläche. Oh, da ist die Sirene. Zurück zum Schiff. Ja. Bitte. Oh, perfekt. Ja. Oh, gut! Ähm... Ich würde sagen... Wir gehen jetzt zum nächsten Außenposten. Willst du nach dem Westen oder nach dem Außenposten? Ja, zum Plunder Außenposten. Plunder. Plunder. Okay. Okay. Also hast du dich jetzt einmal um 180... Ähm... 360 Grad gedreht? Okay. Haben sie ein Problem damit? Mal wie du willst. Mal wie du willst. Mal wie du willst. Mal wie du ankommen. Ich gebe mir Mühe. Okay. Wir haben halt wieder Vorderwind. Also... Kein Rückenwind, ne? Ja, also... Gegenwind. Wir haben Gegenwind. Vorderwind. Mit Vorderwind. Aaaaah! Du machst mich das erste Mal fertig, ey! Oh, das wäre schon aus dem Schiff. Und das mit meinen Kopfschmerzen. Das ist absolut nicht witzig. Was machst du da für'n Krach? Was hast du da für'n Krach gemacht? Ich hab den Winkel eingestellt, was totaler Schwachsinn war. Ich hab den jetzt so gedreht, dass wir wieder Wind kriegen, aber von der... Theoretisch müsste er uns noch hinten ziehen. Mach's gut. Oh, war ja Schwert, der See ist schon ein geiles Ding, ne? Was haben wir denn noch vor uns? Äh... Käpt'n der Verdammten. Käpt'ns der Verdammten. Dunkle Brüder haben wir noch vor uns. Und... Herren der... Ne, ja doch. Herren der See. Also wir haben noch drei Dinger vor uns. Alles klar. Ich freu' mich. Gott. Na, ich lasse mein Schwert der Seele. Echt? Ja. Wir müssen ja nicht bei euch mit den selben Sachen rumlaufen. Guck mal, der ist voll schön. Guck mal. Ja, ja. Es ist kein Schlüsselschwert. Das Ding ist ja komplett kaputt. Was? Die Klinge, die ist schon komplett rostig und kaputt. Junge. Das Ding ist kaputt. Huah! Komm, warte, ich weiß, was wir machen. Wir trinken uns jetzt ein und dann machen wir Schwertkampf. Wollen wir einen Schwertkampf machen? Ne, falsch. Äh. Ich mach jetzt Tradition hier. Watt denn für ne Tradition? Also dort, weil ich gestern gemacht hab. Du meinst vorgestern? Ja, letzt mal. Äh, letzt mal nochmal. Wir beenden das Spiel mit Musik. So, komm raus. Schwertkampf. Wunderbringend. Ich bin zwar betrunken, aber ich treffe trotzdem. Lass mich schon warte. Guck, sie ist ja trotzdem getroffen. Was machst du denn? Du hast mich überhaupt nicht geraucht. Hast du schon mal betrunken Musik gespielt? Ne, aber ich kann mir vorstellen, dass es genauso dasselbe ist wie... Nicht wirklich. Ich hab dich angekutscht. Mann! Ich hab dich angekutscht. Ich seh nix mehr. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hast du mich jetzt schon wieder... ich kann mich nicht ich kann mich nicht waschen du bist gerade schon wieder zu kotzen? du wirst doch gucken ja gut dann würde ich mal sagen bis morgen oder? danke an alle die da waren danke an dark für ein bisschen hilfe danke 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 und dann starten wir morgen gegebenenfalls sogar mit dark captain's der verdammten captain's der verdammten starten wir morgen perfekt ja gut hoffentlich gibt es eigentlich wieder so kopfschmerzen also noch mehr kopfschmerzen dann sag ich mal, tschau tschau ähm